Hallihallo Hallihallo Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von WoW weiter geht's machen wir mal hier weiter die haben wir noch hier im in Gorgrund machen wir das nächste Bonusziel was wir hier haben fangen wir mal damit jetzt an ja fangen wir mal runter jawoll sehr schön schön gefallen schlucht felsbrecher fünf stück ersten haben wir schon sehr gut müssen wir den haben hier sind skrpion schlucht felsbrechen nein du nicht du hier da haben wir die kleinen die eier einfach drüber laufen einfach drüber laufen da haben wir schon einiges fertig weiter geht's noch einmal das Bogen ist zu mir fertig ja schön sterben schön fallen nicht auf mich drauf tut doch weh ständig auf und ab da muss er erst runter gehen um drauf gehen zu können die gelbose blaue Flamme der ist da oben können wir kurz da hin heizen das dürfte wohl ja da da sein den habe ich noch nie gesehen glaube ich das habe ich in der Höhle drin ja erstmal gucken wo die Höhle ist auf Höhleneingang ist ich habe keine Ahnung wo der Höhleneingang sein könnte ach jetzt doch hier unten ja ich bin da schnell tschüss 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 was wir nicht brauchen aber immer mit wo sind noch die kleinen werfen noch die kleinen knabberer und die eier ein kleines eier hat man schon dass man neue eier suchen da haben wir ein paar einfach drüber laufen schön synchron sterben da sie nach der resten 7 eier brauchen wir noch aber nur vier da wir finden zwei eier fehlen auch okay sind noch eier irgendwo da hinten und müssen wir warten bis die neue gesprung hat ja sind aber ich achten hier sind auch noch um alles zerstören wo muss sie auch fertig noch einmal die rangarie beutel noch mal da weiter das hat von boss schlägen aber scheinbar nicht da du bist kein schlänger ist ein schluchtt wie lag die anzeige gekommen wenn er da wäre machen wir die rangarie beutel ja drohte fähre ja ach sie auch noch ein bonuss hier auch mal genau machen wir heute mal vielleicht mal nur bonus ziele in der folge haben wir noch sechs stück noch hier sind sehr viele bonus ziele sehr viele gute möglichkeit gold zu machen wenn man es braucht bonus ziel was haben wir da schwefel zu schwefelhalte absenderung und schrägliche tiefen wurden auch nicht so besonderes noch kommen wir ja die nächsten rum bleibt bleibt immer hier warum schrott der wurm immer ab was ist das denn für einer die ersten wurden haben wir auch schon mal wenn man den kriegen als nahekämpfer wenn ich mal in der nähe ist ist das schon weg sind komisch ach dass er da ist ja weg ok du noch und wo der man es auch schon mal die haben wir schon mal schwefel zwölf die nebeldüse da sein genau wenn man ein du bist ausgewählt sie sterben kommt ja immer schön noten kann es verkaufen gut gold vielleicht sogar machen so eine oder andere vielleicht bessere tropfen könnte auch sein ja genau komm her wenn ich mal da bist wenn du dich so sehr anbietest ich brauche ein ziel so tiefenwürmer haben mal die sind ein bisschen nervig weil die sehr schnell verschwinden es wird noch ein schwefel zu haben da haben wir ein du noch wohl nächste bonusziele fertig ich weiß gar nicht ob es auch einen erfolg gibt wenn man alle bonusziele macht das kann ich euch nicht mal mit genau sagen nachgeguckt aber ihr wisst es bestimmt machen wir einfach alle bonusziele fertig zu wo ist er denn da unten nimm dich mit da ist er doch auch noch nie gesehen auch noch nie gesehen kommt noch mit zack da mal hin und wir hätten wieder garnisonsressourcen dann ja tschüss tschüss so war hier vorne ne war bonusziel das nächste genau hier unten stammt verkriegt ich bin mir bekannt vor egal stelle ich nicht so an man stirbt nur 2000 mal du auch weg du auch weg äh wo ist denn der stampfer äh da irgendwo da hinten ja genau der ist er doch da ist er doch dann einmal mal ganz schnell zu dem hin bevor der weg ist bevor es zur mittagspause geht äh wo ist er denn die sonne stört jetzt ein bisschen ah komm fliegen wir hoch da ist er doch hey am abdänzen yeah einen schönen grocken dann müssen wir uns mal zerstören oh die leute nicht zu saufen noch ein paar wächter so ledertallienschutz ok nö brauchen wir nicht weg bummer heiß und scharf komm trink mal weg bummer OHW Dönerbauchmilch alles alles auf hochfelshopfen ok was haben wir da noch spielzeug äh baut eine besondere überraschung zusammen ok ogerbrauausrüstung hm warum nicht nehmen wir mit nehmen wir mit äh sonst war nichts besonderes ne ah spielte noch eins äh verschießt fünf sekunden lang einen strahl aus blubberblasen ok äh also nur so für für fun mäßig bisschen spaß wir können natürlich jetzt nicht immer gerade auslaufen ja dann machst du ein bisschen rechts und links weil er halt besoffen ist so ja komm her so weiter geht's du auch noch ja äh was ist denn da noch äh ach die Sklavenjäger ja ok hier haben wir noch grock möglich auch so wie kommen wir zum sklavenjäger wahrscheinlich hier lang wie hoch da ist er doch nicht im schlaven treiber immer noch bei zehnten hier dürfte sich rumlungern korg als unterschlupf ist er hier noch ein paar sklaventreiber und wächter auch brauchen für bonus ziehen irgendwo draußen egal noch einmal hier fertig haben wir ja gleich ich bin nur noch zwei dann haben wir sie da kommen die beiden hier das ist scheinbar nix kann man natürlich nicht sehen dann gehen wir wieder raus hier irgendwo raus kann genau da da wird der wohl oben sein wenn ich vorne irgendwo hoch gehen du auch hier komm her ach koch kann man ja auch noch da ist er doch aber die anzeige ein bisschen verkehrt aber egal so kopf noch vier fässer noch drei noch zwei wo haben wir so damals noch immer die beiden hier noch die beiden sklavenjäger kack und wohl nicht unterfallen egal weil es mit geflogen da ist der erste pro wie ich habe ich gesehen habe ja pro school ich bin noch der zweite ist wohl da oben ich muss von aus wir gehen wir hier hoch na wo ist er trete herum ganz oben ja hoch steigen wir mal aufs dach hallo ja ja nicht runterfallen tut nur aber da ist er doch bei mir krack so bonus ziel auch erledigt machen als nächstes sagt nochmals in der folge man nur hier die wohnungsziele messen alle durch dann haben wir sie weg dann haben wir sie weg immer gerade haben als nächstes schon monster und sattbringer urtum ok 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 kann man machen hallo jung ich sorgt noch für ein bisschen ruhe 2 3 monster mal schon fertig kann man wieder nebenbei schön machen einfach versuche nach den urtumen sich begeben nebenbei die monster pläten so fehlt aber noch einer ist natürlich keiner in der nähe natürlich nicht dass nur eine akku kann wunderbar wunderbar so groß ist das gebiet und ich so machen nur zwei ziele diesmal also kein problem bürgen baby bürgen auch erledigt so nächste sind noch drei die machen wir noch das nächste gleich kommen schön grün schwammkönigin skrika habe ich schon mal gesehen aber egal ist uns noch mal die eben kurz ja kostet man die bugler was ist das eine axt warum nicht also fernkämpfer sind das war nicht so gut ne ne war nicht so gut kann man die nächsten auch gleich mit wenn wir schon mal hier sind ja stammt alupagus haben wir ihn wohl ist das 22 ein kolben aber nicht lassen wir also so ist aber nicht die nächste bonus zu da vorne haben wir es muss sie was müssen wir machen gift hydra und hydra also wieder was schnelles eine schnelle nummer einfach nur schießen ist man nicht rumlaufen diesmal wirklich kaputt ballern irgendwie schaden drauf machen ok und die hydras nebenbei seltsamer schädel schatzjäger besschen schädelgefäß für schildshand brauchen wir nicht aber egal mitnehmen was wir haben wir haben wir ein paar eier die hälfte haben wir jetzt wieder was haben wir es bereits noch sechs eier zerschlagen kann man riesiges omelette machen oder rührei so für zwölf person auch fertig sehr schön schnelle nummer so zwei haben wir noch zwei haben wir noch kagas kagak ist der verschläge braucht man bestimmt noch für eine quest als boss eben wir machen jetzt nicht mutter aber näher haben wir schon gemacht dass ich glaube ich schon gemacht ich glaube ja weiß seine spinne wie man sieht eine riesen spinne man kann machen wir immer schon mal da da sind warum nicht da hinten ist wer man hier auf vollen pracht die schwarze mit kuste brut mutter ist ein schwert dolch ok und durch ausgang da haben wir auch erledigt so bonus ziel wo bist du jetzt noch mal genau darunter na wo ist es sind noch schön da hier haben wir auf alle fülle schon mal eins blutrünstige schock klinge alte krüge plündern und my core ist ein kleiner boss da habe ich mich noch ziemlich gut dran erinnern da ist er mein core sehr bewütend durch geschlafen dann haben wir schon mal alle eine krüge genau nicht vergessen die krüge zerstören die kann wir uns wirklich wieder gut sehen aber erst mal hinkommen so nicht so kommen wir nicht hin da haben wir schon immer schön umsehen wenn man schön die kamera drehen dass man nix übersieht dann habe ich noch ein da oben drüber ist noch einer noch einer so da waren schon mal fünf da waren es nur noch drei da ist nur einer ganz versteckt wieder hinter der säule da habe ich noch einer jawohl da kommen wir mal runter naja ist ja gut ein krug noch ich würde noch ein schotling wenn wir ein ja hier will ich genug von rum auch erledigt sehr schön bonus ziel auch erledigt so ist aber noch eins fahle töten eiersäcke und gog gewiert wieder kleiner boss oder oben kommen wir dahin wo genau ist er möchte ich auch noch machen noch mal platz hier hier schon mal nicht wahrscheinlich in der höhle irgendwo drin irgendwo hier haben wir es doch so ich doch in der höhle und spinnen ein beutel lecker 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 weil der erste eiersack du auch noch weg mit dir hin fort mit dir ja kommt man näher kommt 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 und was braucht man noch fahren eiersäcke auch noch ok so machen wir es auch hier sind noch ein paar ich muss zuerst etwas anvisieren ich brauche ein ziel achten wir haben viele gegner so hat auch erledigt zwei fahle noch spinnen säcke haben wir jetzt schon mal um den boss müssen wir noch fahle die laufen da hier so rum durch die gegend wir haben wir schon mal richtung boss gucken wo wir den genau treffen jetzt müsste doch hier sein hier ist aber nix ja wir müssen gleich ein bisschen die sonne am stören deswegen kann ich nicht so genau sehen da haben wir die fahle auch noch den boss geaktiviert da ist er kommt die so nicht rauf natürlich nicht ist klar wir außen rumlatschen er geht ja gar nicht wie gesagt ich sehe jetzt nicht wirklich viel weniger sonne noch ein bisschen dunkel kann ich müssen heller machen überhaupt optionen grafik ein bisschen heller machen mal 70 prozent so kann man schon mehr sehen da geht doch erfolgerung nicht so geizig wahrscheinlich weil wir alle bonusziele gemacht haben mal gucken äh bonusziele ja 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 also auch alle bonusziele machen wir haben alle fertig kriegt man auch einen erfolg für warum nicht halluzination tschüss so haben wir es auch erledigt sehr schön dann gehen wir mal kurz raus ja sehr nebulös jetzt hier äh sieht aus wie in der sauna hier luft licht da sind wir draußen wir haben es geschafft weil es immer noch ach so da ist noch irgendwas ne da ist noch schleichende trug bilder komplett wahnsinnig geworden okay okay jetzt war weg ah wir können wieder sehen schön 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 äh so jetzt können noch weg braucht man ja nicht so haben wir hier noch was tiefwurzel machen wir das jetzt eben komm das machen wir noch machen wir noch so viel zeit muss noch sein passt da alles wunderbar in die Folge ein mal ich glaube ich jetzt sieben bonusziele nur ingor grund okay 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 hinunter und ein metallbieger gehöre nicht in den dschungel ihr braucht meine hilfe zum überleben prophet wählen hat mir vertraut die eiserne horde aus karabor zu vertreiben der dschungel ist nichts dagegen versuchte einfach mitzuhalten jawohl schiff fällig alles klein können die man eben ab muss ich immer sagen den verbleib von lehrer aschzeh nur russbart und rauschebart und garik alia die befallenen tüte sechs befallene das können wir doch ne oh noch ein flugmeister da haben wir wieder einen zack so dann mache ich heute einen schluss für heute sehen wir uns in der nächsten Folge von dem ww dann geht es weiter hier in gockrund bis dahin schön clo denn endlich in dass die typ die llers die